Mein Name ist Beatrice, ich bin aus Deutschland, 23 Jahre alt und studiere Biotechnologie in Norwegen. Ich möchte mein Spanisch verbessern und Spanisch lernen, weil ich ganz viele Freunde aus Kolumbien in Norwegen habe und weil über 300 Millionen Menschen Spanisch sprechen. Und wenn man in Südamerika rumreisen möchte, braucht man ein bisschen Spanisch. Was ich im Herzen behalten werde von der Schule, der tolle Unterricht, die ganz netten Lehrer, dass man uns auch die unscheinbaren Dinge der Stadt Medellin gezeigt hat, uns Geheimnisse dieses Landes verraten hat und von der Sprache und Kolumbien, das Essen, die ganz netten Leute und einfach die Natur ist wunderschön. Mir gefällt am besten, dass die Lehrer wirklich auf die Bedürfnisse von AM eingehen, sie alles nochmal erklären und man einfach total viel Spaß hat. Also hier in Deutschland und Norwegen, wenn ihr eine tolle Sprache kennenlernen wollt, mit netten Lehrern diese Sprache kennenlernen wollt und ganz viele neue Bekanntschaften beknüpfen wollt, kommt hier her, es ist einfach nur super.